ja hi und willkommen mein namen ist dann die europäer und ich will grüß euch zurück zu let's play details of es wäre die definitiv edition es ist so heiß gerade wir haben sommer tiefsommer und meine ps4 macht es auch nicht gerade besser in dem sie ja gerade voll abgeht also ja zur folge haben wir barbus erledigt und ja irgendwie die hälfte unserer leute haben sich von uns getrennt weil ich schon mal sehr doof finde aber ja was soll man machen mir wurde angeboten zu speichern deswegen habe ich gespeichert und jetzt sind wir keine ahnung wo wir müssen den namen schon wieder vergessen wo wir hin müssen ja genau ja vielleicht mal ein bisschen näher angehen naja kann ich irgendwie rausgehen wer noch mal testen nein okay so immer wieder als irgendwie die truppe mit der man am meisten unterwegs sind ja immer diese fünf leute ja auch noch mit karl rum ich nehme jetzt mal nicht anders wer jetzt hier auf einen kampf in den nächsten kommen oder so ne da nur karl kann gerade was lernen wenn ich nicht sehr produktiv man ja ja alle wissen schon da der tod ist guck mal ja vielleicht haben sie neue sachen ich glaube ich habe schon alles möglich hier gekauft aber kann ja nicht schauen einmal hier noch mal vorbeizuschauen nein da ist mein gott so ich war ein paar heilsachen weil der letzte kampf nicht so einfach mal schauen warte mal wo sind tränke des lebens ja entschuldigung sind einige waffen die ich gar nicht mehr ab habe ich noch gesagt mehr stellen eine diese dadurch ist neu caroline erspärt zwei verschiedene okay blauer drach da haben wir blau dach plus eins schritt kombo okay wir hatten da schon alles gelernt also perfekt ein stock warum habe ich jetzt auf einmal jetzt schon viel früher ein herstellen können aber was hat schwert dafür brauche ich ein bastard schwer und dafür so und in jedem gegen schon eins haben oberschwert oberaxt meine ich haben wir alles schon sicher um axt kriegsbalken sie haben wir ja nicht mehr über die sachen immer wieder neu herstellen kann naja mal gerade das bekommen hat er denn so viele sachen das hat sie nie ein gürtel tatze leider peitsche auch css leder ja das weiß nicht das habe ich immer noch nicht gefunden stimmt das hat mir immer irgendwie gefehlt glaube ich schmetter bogen ich habe kein geld aber nein ich bin noch nicht fertig mit kaufen ich will noch mehr hier ein paar sachen ich habe genug von stimmen paar geile sachen die ich verkaufen kann wasser habe ich ein paar mal bekommen anscheinend noch vier mal die sechs und weiter ja wobei wundern nur hier ist stacheln mal den haben war hornes zauberes haben wir ihn können hier war ich doch schon schmetter bogen kotaro taupus 1 kotaro dann kann ich mir auch einmal ok so sagen alles was ausrüstender wird gleich lustig schon wieder kein geld mann ich werde aber alles haben kann es mir nicht entkommen ich krieg ja alles das glauben ja ich werde mir als neu erstellen er hat dass ich mich doch ja nicht verbieten so weiter nach einem stadt der immerhin so einen komischen ort hier ich habe schon wieder kein geld wieder ja ich habe einen blauen dach zu viel ausgerüstet naja so nachdem bin ich jetzt nicht sauer und aber ihr werdet mir ja nicht entkommen ich will diese sachen haben ich will sie alle haben dann werden wir das auch schon mal erledigt und so ohne dass man nie wieder ja schocken auf screen alles machen können aber ja stattdessen zeige ich euch jetzt hier wie geil ist es hier einzukaufen nein warum bist du wieder da 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 kann man wenn ich mir jetzt nicht alles herstellen kann schon wieder neue sachen verkaufen muss dann kann ich mir das nicht herstellen da kann spenden letzten drei alter nach jetzt gehen wir sogar die sachen aus haben wir sind gerüstet für eine weile die sachen verschwinden ja nicht oder glaube ich war es denn ja am besten bisher als da ist schon mal schwer stärker als als andere schon mal gut so die totalität und abwehr plus da hat mir damals schon mal sehr gut dann haben wir hier ihren s stock plus eins plus eins ja in seinem blut dragon die serie habe ich nicht so geguckt also stärker hat oder das ist mal schwächere und das sogar besser und ja gut aber zehn minuten eingekauft jetzt kommen wir als spielspiel ja was geht können wir lachen über den während da ja Untertitelung des ZDF für Kauf Wie ist das? Der Arrechse-Hime ist jetzt eine andere Bewegung. Wahrscheinlich. Der Arrechse-Hime ist hier in der Karte. Er wurde sofort in Tate zurückgegebracht. ist da war fliegen mit der bärs sonst auch Ja. Wenn du jetzt mal ein gutes Gefühl hast, ist es gut. Wenn du gut jemanden wählst, kannst du in der Stadt kommen. In der Stadt kommen? Esstel, kannst du auf der Date kommen? Ja. Wenn du in der Stadt bist, kannst du in der Stadt kommen? Ich bin sicher, dass ich wirklich nicht zurückkehsehe. Ich will wirklich nicht zurückkehren. Äh? Das ist so schön. Das ist gar nicht so. Na, ich will es so gut sein. Ich habe es selbst entschieden. Will ich zurück? ich bin nicht irre ist hier augenbohren laden da möchte ich dann auch noch neue sachen drin sonst raste ich aus nicht so zu sein eine neue rüstung scheint auch nicht so ok schwarzer hut dann kann ich mal locker herstellen ich habe kein geld so ein direkt ich soll vielleicht mal speichern weil also nicht passiert irgendwann und ich muss ja die ganzen einkaufsbubel ja noch mal machen da habe ich echt keine lust immer da mussten wir sogar machen ja 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 Das war's für heute. Du hast dich von allen getrennt. Wie soll man denn ein Zelt anklopfen? Soll ich Klamotten hier auf dem Cover trägt? Du bist so ein Zelt anklopfen. Du bist so ein Zelt anklopfen. Du bist so ein Zelt anklopfen. Ja. Du bist so ein Zelt anklopfen. 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 Ich bin so ein bisschen auf die Begründe. Aber ich habe einen Rücken, den ich nicht. Das ist mein Ergebnis. Das ist nicht der Grund, was ich. Ich werde das wieder aufwarten. Ich werde das aufwarten. Ich finde das. Aber ich werde das auch vielmals aufwarten. Ich werde dich überraschend aufwarten und schreit und schreit. Das ist eine der Wasserflug. Das war's. wöcheln ja war kann Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. ist ja wie ein henker mit einer axt und ja gerechtigkeit fragezeichen aber kaltblütige ein paar die sagen so ein büßer okay das mal einfach so passiert niemand noch was gemerkt oder irgendjemand hat so wie sicherheit gesehen und wir uns damit irgendwie drohen hier ここでお別れなんてちょっと残念だな 今度お城に遊びに来てください が緊張ほんとに行くわよ えっ行っちゃダメなの 馬鹿っぽい だって友好協定が結ばれたらギルドの人間もテイトに入りやすくなるでしょ そうですね Das war's für heute. Das war's für heute. ich war gar nicht gut bei uns ja alle so trennen man soll hat der mann da war ja auch noch ja 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 Was ist das? und da hat jemand sie angegriffen oder pass auf ok eine prinzessin im team zu haben hat ist nie so eine bau schnelle idee habe ich sorge für irgendwann wollte ich jetzt machen keine ahnung ich nehme an ich kann mich ja nicht umschauen verschlossen wollte ich noch machen ich habe schon wieder vollkommen vergessen den titel mein gott weiß das gesetz und stattdessen selbst in jahr die sims nimmst die sind einer freund auf mich kannst du zählen mein freund mein bruder niemand anders sieht dieses monster so passiert so etwas blickst am boden knies am boden meine ich schnitzel schnitzel die 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 Das war's für mich. Der Herrschild ist ein Schwer. Ich muss den Schwer in den Heraküren, nicht so ein Schwer. Ich hoffe, es hat euch noch zu. Ich bin jetzt bei dir, als Ester will ich dich verletzen. Ich habe die ganze Welt gefeiert. Ich werde diese Dinge beschaffen. Du bist... mündige da noch anime katze der wand das ist herakles okay aber relativ kurz Ich möchte den Weg weitergehen. Okay What Das war's für heute. Ich hab es nicht gewusst, ich kann es nicht gewusst. Es gibt noch viele Dinge, wenn ich auf der Welticarke nicht Lebhafte bin. Es gibt aber auch schon viele Leute, wenn ich auf der Welt gehe, auf der Welt zurückkehren kann. Ich habe auch noch was, wenn ich hier nicht auf der Welt gehe, auf der Welt kam. Dann gibt es noch keine Ahnung, wenn ich mich nicht so. Ich habe das hier am Tag gekauft. Wir wussten einfach, dass ich euch nicht sicher planejame, was ich nicht zu schauen. Ich bin der Esteris! Ich habe es entschieden. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Ich will. Oh, Yurie! Ich habe gesagt, wie gesagt, aber... Bitte, Karol. Ja! Okay. Wir gehen in die Stadt. dann geben wir beim mikrofon ausgerichtet ist sucherin der wahrheit sehr cool die neuen leute wieder in unsere truppe das monster ist dann hier ist angst tut mir leid nicht einmal du warst glaube ich ach sie hat immer noch stimmt ich glaube wir sollten dazu stellen wie möglich aus dem weg räumen ok ok wo müssen wir jetzt genau hin eigentlich ich kann heiß alle aufgestanden da habe ich eine karte ja genau wo genau müssen wir ihn jetzt hin ich habe keine ahnung eliot war eine stadt wo ich war war habe ich in der weltkarte ich glaube ich habe eine weltkarte gibt mir mal eine weltkarte spoiler kann ich nicht gucken alles klar heliot kampfmusik holen allein ist diese nicht dieser startseffekte danke sondern auf den ich noch nicht 50 mal eingesetzt hat wenn jetzt schon zweite kampfmusik ist deshalb wir sind schon mal nicht relativ weit so das erste dritte des spiels erledigt das ist also zu vergleichen mit tels of the abyss irgendwie dass der zweitkampf thema weil man ganzen beide erst aufgetaucht glaube ich so kochen das sollte ich vielleicht mal nachgucken das man sagt gesprochen hat man ja war doch irgendwo noch boah herrlich hinein komme ich gar nicht mehr hin nein war da irgendwie so ein haus oder so da komme ich gar nicht mehr hin ich bin da was ich bin da ich bin da ich bin da Er... Das ist... Erste... Was... Was ist das? Was ist das, was du? Ich mache das gleiche mit meinen Geist. Das gleiche? Was das ein Verbrecher? Dann... Du hast, was ich hier... Ich habe das für mich gezwungen, was ich? jetzt ist definitiv nicht böse oder so ne da wird böse oder irgendwie so was sagen das ist ein langes als in ordnung das ist ein langes als in ordnung ok wenn wir noch ein sie hat auch einen neuen titel sucher in der wahrheit vielleicht mal lesen sollen da steht riesige monster halt nicht für das gift der welt doch für seine reise zu weit fort irgendwie dieses eine dieser eine fähigkeit von ihr hat sie mal gezeigt hat hier ist licht wie da war noch was man verfolgt ja 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 Dann gehen wir mal wieder. Wenn du gehnelt, wollen wir alles gut machen wollen. Ich möchte ein Gehnelt für Karol sagen. Was machen wir dann? Was machen wir? Ich möchte eine Menge Gehnelt für die Gehnelt. Und ich werde den Dönn und den Dönn aufzuhalten. Das wird der Dönn und die Stadt die Stadt zu retten. Das wird der Dönn und der Dönn der Dönn. Das ist ein tolles Schöne. Ich werde jetzt wieder mit dem Bossen. W? Bossen? Ich bin? Ja, du bist der Dönn. Das ist gut, was ich? Was ist das? irgendwie tut er alles hier leiden gui-o-te-co-to-o-nase gui-i-o-bats o-te-co-to-o-des-ne o-ki-te-ni-hann-si-ai-kagi-ri-ha gokono 意思-o-o-in-ch-o-so-us-u-i-u-ru yuri それ daro osu 1-i-wa-gir-do-no-tame-ni giri-do-no-a-h-ton-in-no-tame-ni-ni un そう それが僕たちの oki-te 今からは私の oki-te-demo-ar-u Soll das einfach so schnell? Ja, ich habe mich interessiert. Ein Mann ist für die Gilder. Das ist gut, ne? Dann... Ich kann mich für mich und ich... für mich. Wie ist dein Freund? Danke für mich. Aber er ist gut. Oh, bester wurde was sagen, aber... Okay. Ich will auch, geht nicht. Ich will, geht nicht. Ich will, geht nicht. Aber ich habe auch einen Freund. Ich habe auch einen Freund. Das war's für mich. Was geht, Boss? Ich habe auch schon ein Geist. Ich habe auch schon einen Geist. Ich habe auch schon eine Geist. Ich habe auch schon gesagt, dass ich es gut gemacht habe. Ja. Wie ist das? Was ist das Geist? Ich habe auch schon gesagt, dass ich das Geist nicht so sagen kann. Ja. Was ist das etwas, was ich? Ja, ich habe auch den gleichen Karten. Ich bin sehr froh, dass ich mit Yurli und Gilder habe, dass ich wirklich glücklich bin. Was ist das? Du fühlst dich gut. Ah! Was ist das? Ich habe meinen Namen. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Okay, well, let's repeat Oh, Juref 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 da kommt der name ist spielstern der am fair mit am hellsten leuchtet gibt es wirklich okay Das war der Helm-Moting Vesperia. Das war der Helm-Moting. Das war ein perfekter Ort für den Schnitt. Gut. 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 Gut.